So, wieder da. Ich und mein Freund Barney. Ne, Barney, ja, feiner Barney. Wir werden jetzt dieses Geschütz angreifen. Ich weiß bloß nicht, wie ich das... ...werdlich machen soll. Barney, kommst du mal her. Aua! Aua! Verdammt. Moment. Mhm, 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 mhm. Kannst du mal hier drauf gehen? Hallo, was ist das denn? Das ist ein Verarschen. Kann man das irgendwie vielleicht eventuell zerstören? Moment, Leute, ich hab ne Idee. Die zwar nicht wirklich was taugt, aber naja. So. Ich hab Leben verloren. Das ist scheiße. Was blödes, ja. Am besten nehmen wir mal ne schöne Waffe, die Nahkampfkorn nicht fetzt. Das ist ein fieses Geschütz. Das kriegt man nicht kaputt. Das ist blöd. Na egal, springen wir mal. Da wollte ich eigentlich nicht hinspringen. Ähm... Was bringt das, bitteschön? So, was hat mir das jetzt gebracht? Ähm... Hm, also ich seh nichts. Hm. Kann ich da vielleicht den Ganat reinwerfen? Also wenn ich gut ziele und... Fail. Äh, ja. Jetzt ist die Frage, wie wir... Wie wird er hochkommen? Hm. Ja, dat kann ich euch leider nicht sagen. Hä? Wartet mal. Autsch, 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 Autsch. Ich geh nochmal zurück. Ist ja nicht vielleicht irgendwas. Aua. Ähm... Nein. Also ich... Also ich finde nichts. Naja, ähm... Hm. Also... Was sollte ich machen? Ich finde nichts. Ich hab nur meinen Freund Barney und... Naja. Ne? Versteht, was ich meine. Hm. Rennen wir nochmal hier hin. Also in den Kisten ist auch nichts drin. Ähm... Okay, das ist das Ding. Fail. Machen wir das mal so. Wie komm ich... Da oben ist nichts, ne? Warum zur Hölle? Was soll das hier? Was soll das? Das... Ich muss bestimmt da irgendwas machen, aber... Ähm... Kontomplast... Danger. Hm. Weil sie hier für ein Schienen hin aber... Ähm... Ich weiß nicht wirklich, was ich da machen muss. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht hier irgendwie sowas. Ne. Also hier ist irgendwas. Das sieht nicht normal aus. Für mich finde ich irgendwie... Ein bisschen... Na, versuche uns einfach mal in Luft zu sprengen. Nicht geklappt. Schade. Ähm... Können wir vielleicht irgendwie aufschießen? Auch nicht. Ich bin gerade echt ein bisschen sprachenlos. Warum können wir ihn nicht hochspringen? Eigenartig. Ähm... Ähm... Was jetzt? Scheiße. Oh, ey. Vielleicht kann ich ja hier eine Granate reinwerfen. Ich weiß nicht, wie das Ding auch nicht kaputt geht. Das ist schon besiegbar. Ey, cool. Ich glaube, das ist kaputt. Ja. Das ist kaputt. Aber... Ey, das ist so einfach. Und ich komme nicht drauf. Ich komme einfach nicht drauf. Wie beschissen ist das denn? Ich wusste nicht, dass ich mich hier öffnen kann. Ah, ah, aua, 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 aua. Nein. Mann, nur. Nochmal. Nochmal. Einfach. Einfach nochmal. Nö, äh, also noch da. Aufmachen. Öffne nicht. Zack. Gegenschießen. Und rot. Ich muss weiter zurückgehen. So. Tod. Wie es aussieht, sind wir jetzt, ähm, bei der Rakete. Ja, da brauchen wir auch ein bisschen was. Und, ja. Ich will noch nicht losfahren. Ich gucke mich hier nochmal so, noch ein bisschen um. Und, wie gesagt, ich nehme jetzt hier ein bisschen länger auf. Deswegen müsst ihr mich noch ein bisschen länger tragen. Werde das aber teilen in ein paar Parts. Weil ich ja genug Zeit habe. Ich speichere jetzt einfach mal... Und, wie gesagt, ich gehe jetzt eins runter. Und wie gesagt, ich habe jetzt das, ähm, bei der Rakete.